. 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 Dieses Corona, Digga, hat alles rasiert. Nichts so in Deutschland. Ah, Digga, durchs Kunstleben. Also wächst durch Schlafen bis 14, 15 Uhr. Genau, kommt hin. Kommt hin, bis 14, 15 Uhr schlafen. Dann chill ich meistens immer ein bisschen. Geh dann wieder in Discord. Film mein Leben, Digga. Irgendwann ist er wieder Kapp. Also ich sag ehrlich, mein Tagesrhythmus ist langweilig. Ich sag euch so, früher war ich jeden zweiten Tag mit Kollegen oder so. Draußen bei Kollegen oder wir waren in der Shisha-Bar. Auf entspannt so. Aber mittlerweile, Digga, kannst ja kaum noch was machen so. Also ich bin ja genesen zum Beispiel. Meine Kollegen, paar Kollegen, die sind genesen, paar nicht. Und dann ist es halt immer so schwierig, was zu machen. So barmäßig. Was mit Jim. Ich schwöre, meine Motivation ist dadurch auch weggegangen irgendwie, ja. Ich war voll motiviert mit Jim und so. Aber irgendwas ist passiert, dass ich diese Motivation verloren habe, ja. Das ist wirklich sehr, sehr scheiße von mir. Also meine Motivation, Digga, auf Jim ist einfach von heute auf morgen einfach weggegangen. Ihr müsst euch vorstellen, ich war richtig motiviert. Ich war jeden Tag um, nach den Cups, immer beim Jim. Und irgendwas ist passiert. Ich weiß nicht mehr was. Und auf einmal nicht mehr, ja. Moin, Los Procanos. Bei mir, die Kollegen sind zu fett, können sich nicht bewegen. Scheiße. Jim ist immer so eine Sache, man braucht eine Freundin oder einen besten Freund. Ich glaube auch, wenn ich irgendein Kollege hätte, man sagt immer, man soll sich nicht auf Kollegen verlassen, ne. Aber wenn ich, glaube ich, einen Kollegen hätte, der genauso wie ich denken würde, und jeden Tag oder generell zusammen mit mir ins Fitnessstudio gehen würde, würde ich safe durchziehen, weil man auch die Motivation sich gegenwärtig motiviert. Aber dann wieder so alleine. Bist du ja, ich meine. Das ist halt vielleicht ein falsches Mindset und so, auf jeden Fall. Okay, stimme ich zu. Aber was soll man machen? Einfach zwingen ins Gym zu gehen, das sagt man so leicht, ja. Ich schwör, das sagt man so leicht. Man zwingt. Es ist halt, wenn du einmal drin bist, dann bochtest du auch wieder beim Jim. Aber dieser Anfang wieder zu pump-mäßiger, weißt du. Echt, ich liebe es alleine, mag das gar nicht, mit mehreren zu trainieren. Nicht mal, es geht nicht um das Trainieren, weißt du. Es geht einfach darum, mit einer Person zusammen dahin zu gehen. Jeder macht sein Ding, und dann geht man den Weg wieder zurück, so. So halt ein Kollege, der halt zum Beispiel ist. Meine Kollegen wurden halt nicht so weit weg von mir, ne. Das sind höchstens 10 bis 15 Minuten Unterschied. Aber dass man zusammen hingeht, so weißt du schon, als Motivation. Bei uns brauchst du 2G plus für Jim. Das wäre für mich halt ein extrem nervige Sache, ne. Ich bin ja genesen, aber hätte keinen Bock, nochmal separat so einen Test zu machen. Jedes Mal vor dem Jim, so. Und der muss immer dahin fahren zum Testen und so. Würde mich abfragen. Ich habe ja gehört, mit Boostern, mit Booster-Impfung kommst du easy rein. Meine Booster-Impfung habe ich am 1. Februar. Dann bin ich erst mal geboostert, und dann wirkt das ja erst mal nach 2 Wochen, glaube ich, wieder. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Und dann, nach 2 Wochen, ich muss echt eigentlich Gym gehen, ja. Ich bin so dumm, dass ich nicht gegangen bin. Ich habe echt, wenn man motiviert ist, man nimmt auch so schnell ab, wenn man ins Gym geht und auf Ernährung achte. Ich achte null auf Ernährung mehr, ne. Komplett krank. So von jemand, der darauf geachtet hat, so jemanden, der einfach so ein auf scheißegal ist, ne. Disziplin war auf jeden Fall tot bei mir. Booster geht direkt. Geht direkt. Okay, okay, das wusste ich zum Beispiel nicht, ne. Alles so gut, du warst so gut unterwegs, bro. Ich war echt gut unterwegs, ne. Mittlerweile, Digga, einfach drauf. Komm, so, ja. Ich muss wieder diese Motivation selbst finden, einfach ins Gym zu gehen, Digga. Aber diese erst mal zu bekommen, diese Motivation, Digga, dauert, glaube ich. Hey, we is savage, mein Best. Dann nimmst du mich übel. Aber ich muss diese Nachricht löschen, weil ich will nicht, dass die Streitigkeiten im Stream bilden, weißt du? Jeder kann seine Meinung haben über Impfung und alles Mögliche. Aber wäre cool, wenn man das nicht im Stream so sagt, ich würde mich niemals impfen lassen oder so, du weißt, was ich meine. Das ist halt nicht gut. Das kommt halt immer zu Streitigkeiten. Jeder soll seine eigene Gedanken dazu haben. Und alles ist gut. Was da überhaupt dein Ziel bezüglich Fitness ist, oder? Wichtig ist, abzunehmen. Ich bin ja nicht dünn so, ne. Also man sieht ja auch, man ist ein bisschen pummeliger, sagen wir es mal so. Abnehmen, aber auch gleichzeitig Muskelaufbau. Also nicht, dass du zum Beispiel abnimmst so viel. Und auf einmal dieser Speck oder so, wie man das nennt, dass das dich strafft, mit dem du halt das Entpuffing machst. Ich hoffe, ich habe es richtig erklärt. Ich war minus 11 Kilo und war eben locker und in Österreich wieder plus 15. Boah, das ist so krass immer, ne. Wie das einen so kickt, wenn man diese Motivation verliert. Ich habe ehrlich abgenommen durch Corona? Was? Yes, jeder hat seine eigene Meinung, aber man sollte beide Seiten respektieren. Ich finde, das... Man sollte beide Seiten immer... Klar, digga. Klar, ich dachte ja nichts, digga. Aber halt im Streaming so ein Thema anzufangen, ist halt immer ein bisschen kritisch, ne. Feierst du, Chappie? Sei mal, ich finde das... Ich muss noch ein bisschen bessere Belichtung auf mich. Ich könnte jetzt, wenn ich will, wieder aufs Band wieder Batterien reinmachen und dann bin ich wieder fast im Bild. Aber... Ey, freut mich, dass das gut rüberkommt. Ich finde auch, das sieht nice aus. Ich habe dafür sechs Stunden gebraucht. Mein Kopf war danach knabbecks. Bei diesem Bauch... Bei diesem Song baucht er uns direkt vom... Ey, hast du schon mal geschrieben, ne? Das schreibst du öfters. Blackie, bei uns ist Impfpflicht ab Februar. Wo wohnst du? Was? Das ist echt krank. Geil, Mann. Freut mich, das ist der Impfpflicht ab. Ich bedanke dir. Österreich? Ja, ich würde auch sagen, Savage, gute Idee. Lass nicht mehr über dieses Thema reden. Corona. Jeder hat seine eigenen Gedanken. Gutes. Einfach chillen. Aber ich muss ehrlich sagen, diese Fitness Sessions, ey, ihr wisst gar nicht, ne? Früher, immer nach den Blackie Cups, war ich noch im Gym. Einfach nicht mehr da, ne? Wie kann man denn so schnell diese Motivation verlieren, Mann? Vor allem, ich verliere immer dann diese Motivation, wenn ich genau, wenn ich zum Beispiel krank bin. Stimmt, deswegen bin ich gegangen. Ich war krank und war dann erstmal so drei bis fünf Tage Knockout. Ich war also nicht beim Gym, weil ich halt krank war. Und nach diesen drei bis fünf Tagen habe ich irgendwie kein... Was heißt, kein Bock mehr, aber... Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung. Ich finde immer, wenn du eine Pause zwischendurch hast, mein Kopf ist komplett Banane danach. So, jetzt zeige ich euch mal, dass es aussieht mit mehr Licht. So sieht das aus. Das ist ein bisschen zu hell, oder? Oder ist okay so? Motivation fehlt meistens, genau. Schau die YouTube-Videos über Fitness-Motivation und kommentiert, ne? Dann schon, ja. Sache ist, bei diesem Licht, das hält gleich für eine Stunde so, ne? Aber die Schuhe sieht man halt extrem besser als davor. Mach jeden Tag Sport, auch wenn du ein einziger Liegestütz oder eine Minute laufen willst. Meinst du? Wenn du jeden zweiten Tag, jeden Tag zwischendurch laufen gehst, sind das schon mal fünf, sieben pro Woche. Was ist denn das jetzt? Das ist doch krass. Eieiei. Du findest den Patch nicht so geil. Hab mal eine Woche Sascha Huber zum Beispiel durchgezogen. Ich hab mich motiviert mit kleinen Anfällen und wollte immer krasser Ergebnisse. Boah, ich sag dir ganz ehrlich, wo ich beim Gym war, Digga, man hat so schnell gesehen, ne? Ich sag immer so, wenn du nicht zum Gym gehst, wenn du noch nie beim Gym warst, so lange Zeit nicht warst, und du gehst zum Gym und machst wirklich dein Ding und achtest halt auf Ernährung, man nimmt halt voll extrem ab, ne? Richtig schnell. Und wenn man dann sieht, okay, man hat in einer Woche vier, fünf Kilo abgenommen oder drei Kilo zum Beispiel, man freut sich doch extrem und das ist ja eigentlich auch Motivation. Aber irgendwann gibt's in diesem Zeitpunkt, da gehst du eine Woche ins Gym und dann siehst du zum Beispiel gar nichts auf der Waage, weil das so geblieben ist. Man darf eigentlich nur einmal im Monat sich richtig wiegen, ja? Sonst wird man zu gierig, so, sagen wir es mal so. Wie groß bist du? Ich bin 1,92, so 1,93. Ich bin schon riesig, ja. Beine ist best of one. Ich hab auch nur ein Spiel gemacht und das Spiel ist echt schön. Black-Riese, meinst du? Ich sag dir ganz ehrlich, 1,92. Ich wünschte, ich wäre so 1,85, 1,87. Das ist die perfekte Größe, ne? Aber so 1,92 ist schon heavy. Russische MMA-Kämpferin jeden Tag, aber nicht so hart wie in USA oder... Ähm... Ja... Ich bin kein MMA-Kämpfer, ich bin einfach jemand, der in mein Zimmer hockt und Niere veranstaltet und faul ist, zum Gym zu gehen, Mann. Ich bin seit 15 an 1,78. Boah! Auf PC gibt es ein Patch schon länger. Ich bin 1,85 mit 14. Ich bin 16 und 1, duuuuust. Geh ins Bett. Wie geh ins Bett. Lebst du von FIFA, Bruder, niemals? Ich leb von den... Guck mal, ich sag dir so, ich hab 3 Einnahmen. Sagen wir es mal so, einmal von Twitch generell, die Subs, natürlich die Donations von Bochum als Content Creator und von Rush. Das heißt, es sind so 3 Einnahmen und manchmal halt auch separat, wenn man für irgendwas Werbung macht. Das sind so meine Einnahmen. Aber over all komme ich mit dem Geld gut klar. Also, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin sehr zufrieden. Das Einzige, was halt gut reinkickt, ist Steuern. Steuern kickt sehr gut rein, wenn man sich damit davor gar nicht beschäftigt hat. Das ist schon... Und Krankenkasse muss ich ja auch immer selber bezahlen, ne? Krankenkasse, immer, jeden Monat, 215 Euro weg. Muss man selber zahlen. Wenn man sich quasi selbstständig macht und die Checken dann, wie viel man so verdient und so. Das bockt nicht. Abo! Abo! Wie heißt? Dann ab nach Malta. Wir bleiben in Berlin. Reicht fürs Leben. Boah, ich bin so, wie es aktuell bei mir ist. Ich bin zufrieden. Na klar, ich bin in einem Reiz, in einem anderen nicht. Aber bei mir, ich schwöre auf alles, ich bin sehr zufrieden, dass ich mit Streamen und mit meinem Content so Geld verdiene, statt halt andere Jobs zu machen, die vielleicht nicht so viel Spaß machen, wie das. Ich hab's davon auch. Boah, du fragst mich Sachen, ich kenn mich nicht so gut aus, aber ich pack mir immer Geld selbst zur Seite. Also, ich bekomme halt mein Geld und steck mir immer einen Teil zur Seite. Irgendwann braucht man immer das. Man sollte schon früh genug irgendwas immer zur Seite legen, ja. Lacky Content für KFC. Die sollen mich anschreiben, ich mach mit Liebe Werbung. Die sollen mir jedes Mal zum Streamen so ein Bucket hinstellen als Lieferung. Die liefern ja zu mir und ich mach dafür mit Liebe Werbung. KFC, bitte, kommt zu mir. Wie sieht's aus mit heiraten? Scheiße, wir müssen einfach eine Frau finden. Scheiße, scheiße, wir müssen eine Frau finden. Wir müssen eine Frau finden. Scheiße, scheiße. Alter, 1-1. Ich hab nicht eine Sekunde aufs Spielfeld geguckt. Aber das ist doch Bonano. Das ist Bonano. Ich fall deine Haare. Ich wollt mir Dreadlocks machen. Was sagt ihr? Meint ihr, mir stehen Dreadlocks? Wie jung bist du, 22? Morgen mit meiner Freundin nicht sicher war. Welchen Tabak soll ich ihr geben? Oder gib ihr guten Tabak. Neuer Bob Marley. Mach wieder Zopf. Ich könnt mir echt Zopf machen. Ich muss einfach nur meine Haare nach oben machen. Die sind ja schon. Guck mal, achtet mal, wie lange meine Haare sind. Die gehen bis zum Mund. Bis zum Mund gehen die Haare, Mann. Mach mal Glatz. Digga, soll ich aussehen wie ein schwarzer Caillou oder was? Lass mich in Ruhe. Nie wieder Glatze. Moin, Leon. Sehr jung noch Spielt vor. Klar. Bei Glatzen nicht mal für 50 Subs würde ich mir ne... Ich würde mir niemals für 50 Subs ne Glatze machen, Digga. Niemals. Ist es mir nicht wert, Digga. Ihr wisst gar nicht, mit Glatze... Bei mir ist krass, meine Haare wachsen nicht schnell. Das heißt, wenn ich ne Glatze habe, muss ich safe Monate warten, bis ich wieder so ne Haare habe. Das ist so schlimm. Für 500 Euro. Boah, ich sag dir ganz ehrlich. Weil 500 Euro ist dumm, wenn man Nein sagt. Weil das ist gutes Geld. Aber wenn... Wenn jemand mir so 500 Euro gibt und sagt, Blacky, schneide deine Haare auf Null und einfach Glatze für 500 Euro, ich mach direkt. Aber doch nicht für 50 Subs, Digga. Das habe ich nichts von, Digga. Also klar, schon, aber niemals. 500 ist geil. Direkt, Digga. Ich mach sogar mit Happy End. Schön mit Gillette-Rasur. Komm, die U-Bahn vergassen. Ey, wer hat ein Tor gemacht? Dann spende ich jetzt 500 Euro. Wenn du machst, Digga, du siehst mich morgen mit Glatze. Du siehst mich morgen mit Glatze. Ich mach alles. So schön mit Happy End. Wie ist es possible mit PS5, Bro? Das ist Halbfinale. der Beste spielt. Der Gewinner spielt gegen Levy de Wirt und ich kann nicht mehr Deutsch reden, weil mein Deutsch ist die Die Wille auf dieses Gameplay gegen Levy de Wirt. Aha! Oh mein Gott! Red Time Finish! Oh oh! Wer hat Freitag gewonnen? Le Winken! Oder? Ja! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh, oh, maybe game over, maybe game over, maybe game over, it's game over, Bonanno win against Fergan in the semi-final, so we have Bonanno against Levy, der wird in the final. Dorado ist echt sehr, sehr gut, ich mach mal eine Wette, okay für euch? Bonanno, 4-1. Okay, go, 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 go. Okay, go, go. Dann geht's und begin's. Bis zum nächsten Mal.